ARD Text im Auftrag von Funk Was ist das Ende von Watt? Na da draußen war ein normaler Strafbezug Hä war das nicht der Innenhof gerade? Echt? Keine Ahnung Wohne ich Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auswachen, was sind wir jetzt? Du weißt ja, wo gehobelt wird Ja Juuut Eee 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 Oh Da sind wir wieder Erstmal hobeln hier Du wisst ja, wo gehobelt wird So sad Wo gehobelt wird fein Späne Ah, hast du den hobel sogar Dir selbst einen mit meinem Arm Alter krass, ist die realistisch, dass ein weißer Hobelstreifen jetzt, ey Ey voll krass Wenn du weg gehst, ist der immer noch da? Ja Wow Alter Boah, ich hab' den Hammer, Alter, ich hab' den Hammer jetzt erstmal Oh Hör mal wer da hammert There we go Du, ich will genau was ich hier mache Oh hier ist das Ding, was wir brauchen Hey Das ist meine Wrench Das ist? Okay Ey, ich guck's hier, ist ein Schnauze, ey Hey 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 Der hat den Nagelhalk schon dründerhaut What do you want? What do I want? What do I want? Yeah, what do you want? Oh, das war richtig, Tröner Eeeh Ey, krass, ich hab' den Wachstum von I just have a quick question for you What day is it? Eeeh It's better Monday? Ey, das stimmt sogar, es ist heute Montag I need to know today Fuck if I know, man You lose track of that shit here I will fly apart from the wheel and I can actually drive And that's right, glaube ich Heah Really? Okay? That already has Neeeee Was schwindet auf mein Traktor So, do these tools ever go missing? Sure All the time Kraft, Alter Oh Gott. Jetzt kommen wir wieder zu unseren Zellen zurück. Hier ist der Metalldetektor. Und wir müssen durch den Schlucklauch durch. Oh Gott. Ich bin nicht so der Typ der leise ist. Was ist das hier für ein Raum? Hey, du machst gar nichts. Ich habe den Metalldetektor ausgemacht. Ja, ja, so kann man den Metalldetektor auch ausmachen, halt gehört. Und wenn da, wenn du da rechts, genau, da ist nämlich die kleine Luke. Und da kann ich von der anderen Seite gehen. Ich bin nicht in der Reihe. Also gibt es da anscheinend zwei... Ah, ey, guck mal, was ich gefunden habe hier. Mal guck, hier ist der andere Eingang. Und hier unten geht es ins Zelle, sagst du? Ja. Da würde ich jetzt auch nicht lang gehen. Der ist ja gut. Schreib mir nicht an. Oh, ey. Kriegst du Schleckchen da? Das ist ein nice Tool, Liga. Scheiße, krieg jetzt mit den Kacke. Das ist ein sch****y. Der nice one ist immer bei mir sick. Ich habe andere Rede-Sachen wie du. Guck. Nein, du hast genau das gleiche. Weißt du, wo ich die Geräte bekomme? Natürlich. Over da. Wenn du nichts über diesen Garten kennst. Ja, ja, ich mag meinen Arsch. So. So. Hä? Ich weiß nicht. Vielleicht. Du warst in der Lagerstunde, nicht? Ja. Ja. Ich wurde geflogen. Ah, also das ist, wo ich dich auskenne. Wahrscheinlich. Warum fragst du dich? Ich fragst. Also, äh... Was ist das, was du hier in der Workshop machst? Wie lange braucht er denn? Ist das zu verstecken oder wartet er jetzt für das? Was du mit ablösen? Ja. Alles, was wir durch den Metalldetektor drüben können. Das ist nicht viel. Ah, das ist was. Äh, Kollege, kann ich dein Schraubschuss selber adjustieren? Ja, du hast ja keinen mehr. Was ist mit dem hier? Ja. Was ist mit dem hier? Ja. Was ist mit dem hier? Hey, ich habe das gehört. Was ist mit deinem Mund? Ja, ja, was auch immer. Gib mir, was ich brauche. Damn! Lass mich helfen. Hey, Guard. Got a minute? Can't you see I'm busy? Come back later. Good luck with that. At this pace, I'll give my hammer back next week. Ey, der braucht einen Hammer. I can still hear you. Ich habe einen Hammer. Ich auch. Man nennt er doch die Nase. Boom. Ja, damit hast du auch den Nagel eingeflockt. Ja. Ja, gehst du hin und nimmst das andere Seite davon. Ja, warte, ich will ihm den Hammer geben. Halleluja. Lalalala. Morning. Ey, Chris, gib mir. Lalalala. Keine Lust mehr zu arbeiten. Tschüss. Lalalala. Wer ist hier eigentlich? Ey. Herze. Auf. Ist nicht deins. Freiheit! Oh, hier ist noch ein Metalldetektor oder irgendwas. Ah ne, das ist die Durchsuchung. Ne, du mal durch und dann gebe ich dir den von hier durch. The wrench ain't getting through that. Herr Officer. Ich fürchtet auch abgetastet werden. Nein. Ey, wie war das so taktisch geil, ne? Ey, komm mal hier zum Fenster. Ah, erstmal den Rauch hier am Fenster. Die Hose steckt vorne. Ey, das ist mein Penis. Morning, ich bin jetzt zu meiner Zelle. Oh, kommt ein der Hammer. Hey, komm. Alright. Nein. Nein, nicht, dass du da jetzt nochmal durchsucht wirst. Das lange dauert, Junge. Ich glaube kurz vor der Zelle wirst du auch nochmal durchsucht. Soll ich mal mit denen quatschen? Lama! 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 Da stehen Leute vor meiner Zelle, Alter! Lama! 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 Oh, da machen die nur unsere Zelle zu. Ja, ist easy. Ey, das kann nicht unsere Zelle. Ja, aber sicher ist sicher, Junge. Äh, die kommt, die kommt! Ich verschlägt das erst beim Klo, ah ne doch nicht, puh! Oh nein, das ist ne Durchsuchungsvideo, du hast den Schlüssel drauf! Ja, ich muss mir nur da hinstellen. Da war die Fin das Loch da drinne. Niemals, Alter. Scheiße, griff, der Plan. Das ist halt nur der Abfloß. Alter, spinnst du? Gebt mir den Schlüssel, gebt mir den Schlüssel! Das war gut jetzt erst, Alter. Ah, was versteckt, gehst du im Klo? Ja, jetzt ob die sie da nicht finden. Ah, hallo. Komm! Ob die mich jetzt durchsucht hätten? Arms up! Ah, wie ich durchsuchen soll. Staying over there! Du siehst ja auch anders aus, du siehst viel so aus, als du voll der Schmuggler wärst, so. Der feilige Rutschung von uns zu sehen. Wuh! Was war denn das bei dir für eine Durchsuchung, Alter, das ist voll riesig. Ja, die Durchsuchung von Personen und bei dir war es... Ja, die haben gedacht, die haben vielleicht gedacht, dass sie bei mir einen richtigen Nasen haben. Alter, da steckt er seine Nasen rein in die Rieche. Ja, ich habe einen richtigen Riecher gehabt. So, wo ist mein Besuch? Hallo? Oh, ich muss sogar kurz... So, eine Jogger. Frisch. Frisch, frisch. Oh, ich bin ein Gentleman. Jetzt zieht sich eine Jogger an. Oh ja. Jetzt wo kein Lagerfeld tot ist, ist es nicht mehr verwerflich, sich eine Jogger anzuziehen. Gut, gut. 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 Ich will telefonieren. Ich würde gerne einen Telefon machen, Herr. Ja. Du hörst doch deine Mutter oder was? Ey, du schwanger. Nein, du bist ein Mörder, Alter. Du bist ein Mörder, Alter. Du bist ja nicht aggressiv, bist du? Ich bin ein Mörder, Alter. Du bist ja nicht aggressiv, bist du? ich bin nur ein Typ wir haben Geri getötet du hast ihn getötet Alter, mein Essen sieht voll gut aus vielleicht kann ich ja diesmal essen und muss dich nicht wieder verteidigen die richtigen Riecher müssen wir nicht verteidigen du hörst du über den Wetter? da ist ein Sturm gekommen ich habe es gemacht das ist unser Fenster ich lasse heute Nacht ich bin bereit ich bin ein Nasenschmatzer es geht nur kurz so mit der Nase oh, vergiss fechten aktuell werde ich immer gewinnen ah Nasen catchen war ein Junge, der andere ist gestorben Alter, Chris, das wird schwierig ey, vielleicht sind wir jetzt wieder an der Stelle und können jetzt aufschrauben und sind immerhin nur auf Juhu Das ist ja lustig Wieso habe ich den jetzt eigentlich wieder im Anfall? weil ich ihn dir gegeben habe ich kann es nicht und du schwere Lasten tragen kannst hier, nehm hier hast du nein, oder? ja weil du bist so verarscht ey, wir sind hier nur im Gefängnis nicht irgendwie an den Ort, wo man keinen Spaß haben darf jetzt kommt noch zu einer Wache und fällt voll zu verstarren waaaaaah waaaaaah kann ich dir eigentlich das reinfallen? hä? ach so ich wollte gerade sagen was ist das denn für eine Tür dahinter es ist gar keine Tür ey 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 es ist für ein Steuerpol es ist noch ein Steuerpol kann man da einen Knopf drücken? kann man da einen Knopf drücken? kann man da einen Knopf drücken? ey entschuldigung wichtige Lieferung da oben alter da oben musst du es hin schieben schieb es da oben hin alter da oben hikes smash die 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 es ist nicht bewegt sind wir gehen ja wieder zurück und das macht denn nicht erwischen alter wir sind so weit gekommen ohne uns erwischen zu lassen ich krieg eh keine nachfolge ich hab wir doch niemals ohne sie uns sehen kannst du da irgendwas werfen da drüben die noch so locker soll er gehen ok easy ach echt jetzt brauchst du Hilfe jetzt voll leise ok warte doch auf den Donner Alter du bist so clever okay sure ah bei mir ist Donner oh mein Seite war schon fast offen wie sieht er denn aus alter vielleicht Freiheit ich bin Pippo wie ist denn zu dem Tower hey macht den Mann spielen äh 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 ja sicher hinter verstecken Fakedown? Mach'n Fakedown mal, der sieht mich sonst Chris heide Du verrätst uns nicht, du Arsch Vielleicht wacht der aber irgendwann auf und macht den Alarm Weiß nicht, ob das so clever war, dass wir den jetzt ausgeschaltet haben Ja, wenn man ausschalten kann, soll man ausschalten Frage ist ob Ob, was? Ob der eine Arsch jetzt hier hinguckt Ne Ok Hä? Was denn jetzt? Ich hab' mich durchgeportet Ich hab' mich nicht geportet Äh, warum wollen wir denn jetzt wieder rin? Wir erfällt mir nicht Wir hätten jetzt durch den Turm hinten wollen Ja, sorry Alter, aber anders ging nicht Na doch, wir hätten noch lange gekonnt Äh, hätten wir? Ja Ups Alter, ihr könnt mir die Schreibmaschine nehmen Wir sind im Büro des Direktors Hier ist der Plottenspieler, den ich haben wollte Alter, da kann ich meine Achse manipulieren Der Atlantische Ozean Der Atlantische Ozean Nicht viel zu sehen da draußen Nicht viel zu sehen da draußen Hey Schuber Ich komm' jetzt rin Kannst du da draußen noch weiterlaufen? Ne Ey hier, wollen wir jemanden anrufen? Oh, ich hab' das Telefon kaputt gemacht Aber vielleicht nicht doof Hey, Chris, hier geht's weiter Wo bist du? Bist du hier auf dem Flur? Ja Schau Ich hab' mich safe versteckt Ich öffne die Tür Shit Gerve Wieso, der fährt dann nach unten alles safe, jung Ich bin der ältere Nee, du bist der ältere Scheiße Hä, von wo kommen die? Wo müssen wir lang, verdammte Kacke? Hier ist die Krankenstation Ah! Hä, müssen wir über die Krankenstation fliehen? Ob ich weiter runter kann? Ne, weiter runter geht nicht Also man muss durch die Krankenstation Bist du die Bäder außen? Ne, die Redner, die sehen uns doch safe denn? So, was der hell are we talking about? Carson All right Shit I already told you I already told you No You shit it Carson Das tötet Menschen What the hell are you talking about? You're all mixed up So, what the hell are we talking about? Vielleicht können wir die auch beide gleichzeitig ausschalten, aber... Ja Das ist glaube ich der einzige Weg Nimmst du den rechten? Ja Und go Alter, du musst gleich wieder schlagen So, jetzt kommen wir durch das Fenster raus Oh, wir sollen vor dem Spotlight aufpassen Oh, da unten ist noch eine Wache Spotlight kommt Ja, aber das... Spotlight kommt! Der ist doch unten Ist doch nicht auf meiner Ebene, oder? Gut, wenn ich hier jetzt lang gehe, dürft ihr mich die nicht sehen Übertreiben aber auch mit ihren Sicherheiten... Oh Gott, oh Gott! Ahhhh Gar nicht gewesen Habt ihr nur Fake gemacht Alter, nicht das mir in die Nase so einen Schatten wirft Wie du willst, den kann man nicht übersehen Ääh... Wo? Ja, ich weiß nicht ob der hier oben... Sucht der jetzt hier oben noch? Wahrscheinlich nicht... Dürfte ich mal mit ihr Licht spielen? Äh... Ob das so klug war? Es fällt nicht auf... We can use that wire. We just need something slightly downwind. We can use that wire. Damn, that's pretty high. Äh... Wieso? Kann das nicht? Ah, jetzt. Wieso? 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 AAAAAAAH Wieso? 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 Seid mir nicht so akkassiert, Jungs! Mach auf den Schuppen! Ich hab schon mal! Ja, ich weiss auch nicht! Ich hab doch nichts gemacht! Es ist voll unfair! Es ist voll unfair! Die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine große Nase treffe, ist viel größer! Ich hab auch immer Entdeckung! Hinter meiner Nase, ja! Ja, entkommen! Easy! Durchgespielt, würd' ich sagen!